Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzversch.TV Und wie man unschwer erkennen kann, ich befinde mich diesmal in Moskau. Ich zeige in diesem Clip, wo steppt hier nachts der russische Bär. Ich zeige dir, wo sind die besten Hotels und ich sage dir, wie erkundest du am besten Moskau. Logo als KGB-Agent. Und ich zeige dir auch noch, wie ich mich zu Lenin ins Mausoleum reingeschlichen habe. Viel Spaß mit dem Clip. Perfekt. Währenddessen ich hier auf dem Roten Platz unterwegs bin, by the way, schaut mal her. Komplett alleine. Das kriegt man nur hin, wenn man ganz früh unterwegs ist wie ich. Es ist gerade kurz nach sieben. Und da kriegt man den Platz mal ganz alleine. Tagsüber sind hier Massen Menschen. Aber bevor ich euch jetzt mal meine Highlights zeige, beginnen wir doch mal mit einem kleinen Faktencheck zu Moskau. Moskau hat 13 Millionen Einwohner. Sie ist die Hauptstadt von Russlands und somit auch politisches Zentrum. Einen idealen Einstieg in ein Moskau-Wochenende findest du im Hightech-Kino Sardartje. Ein 8 Minuten Film zeigt dir Moskau und Russland virtuell, als würdest du unter einem Heli hängen. Einfach spektakuläre Bilder. Die Währung ist Rubel und die kleine Einheit heißt Kopiken. Und mit Dobreudien, was guten Tag heißt, Dostoprimetschatjelnosti, was Sehenswürdigkeit heißt und Spasiva, bist du schon bestens aufgehoben. Wichtig für dich ist, dass fast alles in kurillischen Schriftzeichen ausgeschildert ist. Das heißt, das solltest du dir vielleicht im Vorfeld mal anschauen. Die Stadt ist generell sehr sauber. Alle Moskauer sind super zuvorkommend und die Stadt ist aus meiner, aus meinen Erfahrungen absolut sicher. Moskau ist ein Ganzjahresziel, im Winter schön kalt und im Sommer mild und besonders beeindruckend ist, wie Moskau in den Abendstunden richtig schön beleuchtet wird. Das ist ein bisschen wie Festival of Lights. Natürlich ist Moskau auch ein Magnet für die Superreichen, dennoch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut akzeptabel. Ja, wie schaut man sich denn die Stadt jetzt ganz genau an? Man kann natürlich ein Guide buchen, man kann sich natürlich irgendwie so eine kleine City-Tour organisieren, aber richtig spannend wird es, wenn du als KGB-Agent hier unterwegs bist. So. Aber soll ich dir rum? Ja. Jetzt erzähle ich mal ganz kurz, was hat es mit der KGB-Agententour auf sich? Also im Grunde genommen ist es eine City-Tour durch Moskau, durch das Stadtzentrum und an der einen oder anderen Stelle kommt immer so ein kleiner Geheimagent und schiebt so einen kleinen Umschlag der Gruppe zu. Und dann heißt es aufmerksam sein und eine kleine Aufgabe lösen. Das sind kleine witzige Aufgaben, wie zum Beispiel müssen wir selbst mit der Metro fahren oder einen bestimmten Punkt im Gumpf hätten. Und an dieser Sache, genau, erklärt sich quasi so ein bisschen das ganze Bild von Moskau. Also im Endeffekt ist es eine spannende, unterhaltsame City-Tour durch Moskau so ein bisschen aufgepeppt mit ein bisschen witzigen Anekdoten. Also spaßig, unterhaltsam und vor allem im Mega ist natürlich mit der Shop geil. So, nochmal ein kleiner Tipp zu Uber fahren. Wer gerne mal Uber fahren möchte in Moskau? Also, es ist nicht immer so schön leer, wie es jetzt gerade ist, wenn man hier mal schaut. Und zwar waschauer früh und abends ist hier richtig was los. Denn jeden Tag benutzen ca. 10 Millionen Menschen die Öffis hier in Moskau. So, Shopping, ganz großes Thema. Der Russe kauft gern ein, übertreibt gern viel Bling-Bling. Und das ist natürlich ein absolutes Muss. Und zwar bin ich im Kaufhaus Gumm. So, ich bin ja Kind der DDR. Das heißt, ich hatte noch auch zwei Jahre Russisch Unterricht. Frau Stormer-Johann, lass ich mal grüßen hier an der Stelle. Und das ist hier also absolut schön, mein Druck für internationalen Brands versehen. Kann mir wirklich alles kaufen, was man möchte. Oder eben mal, wie ich, mal von der Kälte ein bisschen aufwärben und einfach mal ein bisschen die Atmosphäre genießen. Ich weiß nicht, Schreck hier mal rein. Kaufhaus Gumm. Also, eins der Pflichtbesuche, die man machen muss, wenn man hier in Moskau unterwegs ist. So, hier noch ein kleiner Geheimtipp. Wie wäre es mit einem kleinen Mitbringsel? Also ein bisschen Krebs-Kohi-Sekt oder ein bisschen Kaviar. In diesem wunderschönen Kaufhaus, würde ich mal sagen, findest du alle Delikatessen, was Russland so zu bieten hat. Also hier bist du genau richtig, wenn du noch ein paar kleine Geschenke brauchst. Und irgendwann muss auch mal Schluss sein mit dem ganzen KGB-Kram. Und idealerweise endet die Tour im Café Pushkin. Und das ist eine richtige Adresse. Die steht in jedem Reiseführer drin, ist also kein Geheimtipp. Aber am Ende, man muss hingehen, weil es einfach schick ist, was einfach einen ganz besonderen Charme hat. Lass uns mal reinschauen. Das Café Pushkin sieht älter aus, als es ist. Der Barockestil des Restaurants wurde originalgetreu nachempfunden, sodass man sich fühlen sollte wie in einem russischen Salon der damaligen Zeit. Altmodisch gekleidete Kellner, live vorgetragene Violinmusik, Kerzenschein und Bücherschränke bis unter die Kassettendecken. Kommen wir mal zum Thema Nightlife. Also wo steppt denn hier nachts der russische Bär? Und zwar gibt es ein neues Industriegelände. Also erstmal generell. Es gibt unzählige Clubs und es gibt unzählige super Restaurants hier in Moskau. Eines will ich euch stellvertretend mal zeigen. Und zwar, es gibt ein altes Industriegelände, was gerade richtig hergerichtet wird. Und da findest du zahlreiche Clubs und auch super Restaurants. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wo hier abends mal richtig die Party abgeht. Wo du auf jeden Fall dir mal ein bisschen Zeit einplanen solltest. Stellvertretend für super viele sehr gute Restaurants möchte ich euch das Restaurant Ufad vorstellen. Eine alte sozialistische Spinnerei wurde umgebaut in ein großes Party-Areal. Wo man zuerst gut essen kann und im Anschluss gleich Tür an Tür noch richtig schön zu live Musik abfeiten kann. Gefeiert wird gern und lang in Russland, so als auch hier in Moskau. Und natürlich auch aus Jugendschutzgründen muss ich an der Stelle mit dem Video jetzt mal langsam schluss machen. Genieße die letzten Augenblicke von den wilden Party-Nächten in Moskau. Direkt nach der Partynacht habe ich da meine Schapka wieder aufgesetzt und bin zum Roten Platz gelaufen, zum Mausoleum. Das ist da, wo Lenin, der Revolutionsführer, der 1924 verstorben ist, aufgebahrt ist. Ein bisschen Schlange muss man einplanen. Drinnen ist Fotografieren und Filmen strengstens verboten. Deshalb sieht man hier schon an meinen wackeligen Kamerahaltungen, dass ich 180 Puls hatte. Und das soll es auch entschuldigen, dass meine Aufnahmen nicht ganz so brillant sind. Aber hingehen lohnt sich auf jeden Fall. So, weiteres Thema ist natürlich Hotel. Wo steige ich denn hier ab in Moskau? Also, da kann ich euch absolut beruhigen. Du findest hier in Moskau sämtliche große Hotelketten. Also du hast zum Beispiel das Kempinski. Liegt super hier in der Nähe vom Roten Platz. Quasi fußläufig innerhalb von zwei Minuten, wenn du flott bist, bist du hier. Ist ein klassisches Hotel. Kempinski findest du überall auf der Welt. Aber ein mega lecker Frühstück, ganz lecker. Ich persönlich, mein Favorit ist, wenn Geld keine Rolle spielt, das Four Seasons. Das ist ein richtig geiler Schuppen. Kostet ein paar Rubel, aber das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Oder, wer es noch ein bisschen anders will, der geht ins Hotel Standard. Es ist alles an Standard. Es ist ein Fünf-Sterne-Hotel, auf jeden Fall zu empfehlen. Ob Moskau jetzt für dich die richtige Destination ist, das musst du natürlich selbst entscheiden. Ich hoffe, die Tipps haben dir ein bisschen geholfen. Für die aufmerksamen Zuschauer dieses Kanals, die wissen, dass wir von Hirschfeld Touristik Event Firmenreisen organisieren. Also Kongresse, Incentive-Reisen, Meetings und so weiter. Wenn du sagst, Mensch, das wäre doch mal eine tolle Idee, mal ein bisschen was anderes. Ich gehe mal nach Moskau. Dann schreib mir einfach eine E-Mail und dann erstelle ich dir ein schönes Konzept. Und vielleicht, vielleicht reisen wir demnächst einmal gemeinsam hier nach Moskau und flanieren über den schönen, leeren, roten Platz.